Hat der Cyberkrieg schon längst begonnen? Ziel eines Hackerangriffs zu werden, das passiert doch nur großen Institutionen, Banken, Behörden oder großen Firmen. Man selbst läuft vielleicht in die Gefahr, Phishing Mails zu öffnen. Naja, leider weit gefehlt. Jeder Internetnutzer kann Opfer einer Hacking-Attacke und damit Teil einer noch größeren Attacke werden, jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Das wurde vielen Nutzern erst kürzlich bewusst, vor allem Kunden der Telekom. 900.000 Kunden des Unternehmens waren betroffen. Ihre Router wurden gehackt. Und der Zugriff auf das Internet und internetabhängige Dienste wie TV oder der Festnetzanschluss war ab dann nicht mehr verfügbar. Schon vorher hatte ein Internetnutzer unter dem Pseudonym Kenzo 2007 davor gewarnt, dass bestimmte Router durch einen Befehl leicht gekapert und dann für größere Hackerangriffe missbraucht werden können. Und nun war es auch bei der Telekom passiert. Zunächst waren sich die Techniker und Sicherheitsexperten des Konzerns nicht sicher, warum bundesweit die Netzaktivität plötzlich gesunken war. Die Ausfälle wurden mehr, bis in der Spitze 900.000 Kunden offline waren. Erst nach Stunden konnten technische Probleme ausgeschlossen werden und am Abend des Angriffs waren sich die meisten Experten sicher, dass es sich hierbei um eine Cyberattacke handeln muss. Die Router sollten zu einem Botnetz zusammengeschlossen werden. Die Schwachstelle der Router ist die Fernwartung. Über das Protokoll wollten die Angreifer die Geräte unter ihre Kontrolle bringen. Genau wie es der Internetnutzer Kenzo 2017 für ähnliche Geräte vorhergesagt hatte. Betroffen waren in diesem Fall Geräte des Herstellers Arcadian. Zwar konnten die Geräte dem Angriff so gesehen widerstehen, denn die Schadsoftware konnte sich nicht installieren, dennoch fielen sie aus. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, hatte sich an die Auswertung des Hacks gemacht. Und so kam man zu dem Resultat, dass die Mail-Software Mirai hinter der Attacke steckte. Dieses Programm basiert auf Linux und kann mit Servern und anderen Geräten ein Botnetz herstellen. Vor einigen Wochen hatte man damit schon eine große DDoS-Attacke auf die Server von Netflix, Amazon, Twitter und Airbnb durchgeführt. Dass die Router der Telekom ihren Dienst verweigerten, lag daran, dass die Mail ihnen ein Update vorgegaukelt hatte. Nach ihrem Standardverfahren versuchten die Router dann, die Server der Telekom zu connecten. Dort gab es aber natürlich kein Update. Die Router hingen also in einer Schleife und die Nutzer waren offline. Das Problem an dieser Attacke ist, dass inzwischen nicht nur Computer mit dem Internet verbunden sind. Natürlich sind auch Smartphones und Smart-TVs online, aber es kommen immer weitere Geräte hinzu, die online sind. Das Internet der Dinge wird also zum Problem. Ein smarter Kühlschrank kann genauso attackiert werden, wie eine Überwachungskamera mit Internetverbindung. Auch wenn die Router der Telekom dem Angriff mehr oder weniger standgehalten haben, Experten haben festgestellt, dass weltweit etliche andere Router das nicht konnten und sich mit der Schadsoftware infiziert haben. Lai Nagenroft ist Cyber Security Analyst bei IT Cube und sagt, Zitat, seit dem Wochenende verzeichnen wir einen drastischen Anstieg von infizierten Geräten rund um den Globus, speziell aus dem brasilianischen Netz der Telefonica, Tochter Movistar, aber auch dem des türkischen Netzbetreibers Türk Telekom, sowie von betroffenen Routern britischer und irischer Internetnutzer. Zitat Ende. Das zeigt auch, dass es kein gezielter Angriff auf die deutsche Telekom war, sondern im großen Stile weltweit angegriffen wurde. Auch das BSI sieht in der Vernetzung aller Dinge eine große Gefahr, wie die Behörde in ihrem Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland für 2016 berichtet. Durch die Vernetzung potenzieren sich die Möglichkeiten für Hacker immens. Auch der Informationsdiebstahl kann so ganz neue Dimensionen erfahren, wenn Privatleute fast 24 Stunden am Tag mit internetfähigen Geräten hantieren. Sogar der Markt, um sich die Werkzeuge für cyberkriminelle Handlungen zu besorgen, sei einfacher und professioneller geworden. Digitalen Währungen, wie beispielsweise Bitcoin, würden dabei eine große Rolle spielen. Cyberattacken sind längst auf einer professionellen Stufe angekommen und werden vor allem aus dem Ausland durch gut organisierte Gruppen durchgeführt. Laut des Berichts entdeckt das BSI rund 380.000 Schadprogramme am Tag. Und es kann wieder jeden treffen. Schädliche E-Mail-Anhänge sind längst bekannt und man könnte meinen, niemand öffnet 2016 noch unbekannte Mail-Anhänge. Problematisch ist dabei oft der Endnutzer. Ihm stehen zwar Werkzeuge zur Verfügung, um sich gegen Mailware und dergleichen zu schützen, allerdings werden diese laut BSI sehr oft nur sehr unzureichend oder falsch eingesetzt. Oft wird hierdurch den Nutzer am falschen Ende gespart. Kostenlose Tools bieten meistens nicht den Schutz, der heutzutage benötigt wird. Wir sind sozusagen schon mittendrin in einem Cyberkrieg. Hacker gegen Provider und Sicherheitsbehörden. Und zwischen diesen Fronten steht sehr oft der normale User mit seinen Endgeräten und die steigt ja, wie eben schon gesagt, immer weiter an. Oft wird auch nicht bemerkt, dass ein Gerät Teil eines ganzen Botnetzes ist. Die Folgen sind aber dann doch zu spüren. Es kann echt üble Folgen haben, zum Beispiel wirtschaftliche oder gar lebensgefährliche Bedrohungen. Sollte es zum Beispiel gelingen, Krankenhäuser zu hacken? Und ja, das ist schon passiert. Anfang 2016 waren zwei Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen Ziel einer Cyberattacke. Und wie ist das mit technischen Anlagen? Vor sechs Jahren drang der Staxnet-Wurm in ein iranisches Atomkraftwerk ein. Staxnet war laut Experten wohl die erste Schadsoftware, die auf Industrieanlagen spezialisiert war. Es gibt theoretisch kaum eine Grenze für Cyberangriffe und den möglichen Schaden, der damit verbunden ist. Wie seht ihr das? Steht uns das Schlimmste noch bevor? Und wie schützt ihr eure Geräte? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Du darfst einfach hier klicken. Und wenn ihr hier klickt, dann kommt ihr zu einem Video, in dem wir uns mit den eben auch angesprochenen virtuellen oder digitalen Währungen beschäftigen. Viel Spaß dabei und bis dann. Und dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben.